Wenn du auf der Suche nach dem ultimativen Heimkinoerlebnis bist, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von 50 Zoll Fernsehern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den grundig 50 Zoll Fernseher. Mit seiner nativen UHD-Auflösung tauchst du förmlich in die Welt des Films ein. Es ist fast so, als hättest du dein eigenes kleines Kino im Wohnzimmer. Und was wäre ein Kinoerlebnis ohne atemberaubende Helligkeit und Luminanz? Genau das bietet dir dieser Fernseher mit seiner High Dynamic Range Technologie. Egal ob HDR10 oder HLG, du erlebst jedes Bild in seiner vollen Pracht. Aber es geht nicht nur um das Bild. Der Sound ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, um dich wirklich in das Geschehen hineinzuversetzen. Hier kommt der von Grundig entwickelte Soundalgorithmus Magic Fidelity ins Spiel. Er sorgt für einen besonders klangvollen und brillanten Sound, der dich mitten ins Geschehen katapultiert. Selbst BI geringer Lautstärke bleibt die Klangqualität herausragend, dank der speziellen Anordnung der Lautsprecher. Und was ist mit den Kontrasten? Die Micro Dimming Engine des Grundig Fernsehers sorgt dafür, dass jedes Detail perfekt ausgeleuchtet wird, damit du nichts verpasst. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Fernseher auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Philips Ambilight TV. Das Ambilight-Feature ist das, was diesen Fernseher wirklich einzigartig macht. Stell dir vor, dein Zimmer verwandelt sich in die Szene auf dem Bildschirm, als ob du mittendrin wärst. Mit dem dreiseitigen Ambilight passt sich das Licht an die Wandfarbe an und schafft so eine immersive Umgebung, die dich förmlich in den Film hineinzieht. Und wusstest du, dass dieser Fernseher auch ein Smart-TV ist? Mit Google TV hast du Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Inhalten, von Netflix über Disney Plus bis hin zu Amazon Prime Video. Und dank des integrierten Google Assistant kannst du den Fernseher ganz einfach per Sprachsteuerung bedienen. Aber nicht nur für Filme und Serien ist dieser Fernseher perfekt, auch für Gaming ist er eine absolute Wucht. Mit Funktionen wie Auto Low Latency Mode, HDMI 2.1 und IMD FreeSync Premium erlebst du Gaming in einer ganz neuen Dimension, ohne Verzögerungen oder Ruckeln. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Sony Bravia 50 Zoll Fernseher, vorstellen. Mit dem Sony Bravia bekommst du nicht nur ein Bild, das dich in seine Tiefe zieht, sondern auch eine Klangqualität, die dich förmlich umhaut. Die Triluminos Pro Farbpalette des Bravia ist breit gefächert und bietet Schattierungen und Farbtöne, die du bei anderen Fernsehern einfach nicht finden wirst. Und der X1 Prozessor? Nun, der ist das Gehirn hinter diesen atemberaubenden Bildern. Er analysiert Inhalte in Echtzeit, um mehr Details und Texturen in jeder Szene zu erkennen. Die X-Balanced Lautsprecher liefern einen Klang, der so klar und kraftvoll ist, dass du das Gefühl hast, mitten im Geschehen zu sein. Und der flächenbündige Rahmen? Der sorgt dafür, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Das Bild. Minimalistisch und modern passt dieser Fernseher in jede Einrichtung. Aber weißt du, was wirklich cool ist? Der Bravia ist nicht nur ein Fernseher, er ist auch ein großartiger Gaming-Partner. Mit dem Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1 genießt du flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay. Und Auto HDR Tone Mapping? Damit erkennst du wichtige Details, selbst in den dunkelsten und hellsten Bereichen des Bildschirms. Das spezielle Gaming-Menü bietet brandneue Funktionen wie anpassbare Bildgröße und verschiedene Fadenkreuze, die vielleicht das Geheimnis deines nächsten Sieges sind. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen 50-Zoll-Fernseher.